Musik Willkommen zurück zu Star Wars Jedi Survivor Ähm, ja, wir haben hier Äh, Zeug Und wir müssen irgendwie hier rüberkommen Alter, Mann Okay, das Ding schießt Und jetzt Das war, glaube ich, schon zu schnell Ja, nee, ey Okay, das wird anschließend schwer Okay, das sah ein bisschen witzig aus Komm, schieß Okay Es gibt nur einen Weg, um weiterzukommen Durch eine weitere Feuerkammer War nicht schon wieder Nee, bitte nicht Nein Okay, ich warte Wenn ich jetzt da reinlaufe, dann schaffe ich das nicht Wohlang Die Stunde naht In der Deggans Vision Aufs neue Realität wird Was geht hier jetzt lang? Was gibt's hier? Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig gehe, Leute Ich glaube, das sieht so aus Kree's Labor Sie hat bestimmt nicht erwartet, dass es jemals so weit kommt Sie hat ihre Entscheidung getroffen, aber Wenn wir dadurch eine Heimat finden, die vor dem Imperium sicher ist Dann soll es so sein Irgendwas stimmt nicht Wieso? Und weiter Ich habe so eine ganz, ganz, ganz Du bist fast schon zu spät Ich warte im Kontrollturm auf dich Komm zu mir, wenn du dazu in der Lage bist Was ist das? Was ist das? Kampfherausforderung, super Gar keine Schei... Oh, ich habe keine Lust Hä? Kann ich mich da nicht festhaken? So, was muss ich hier tun? Hallo? Warte mal, wo muss ich lang? Ich glaube, ich muss da runter, dann da durch Dann da, okay Seltsam, aber okay Ah, hier wird es so Bleib zusammen Bleib zusammen Der Jedi hat rumgeschnippt Oh, hochbrechen! Wo bleibt der Spaß, wenn du wegrennst? Yes! Jaha Endlich Nur du Du Betruder Achtung Was ist das? Beide Angriff Keine Zeit Ja Versuch du's mal Ich fall ihn aus In den Kampfharen hättest du keine Chance Wo bleibt der Spaß, wenn du wegrennst? Ja, ist klar, ne? Ja, ne? Ok, warum muss ich eigentlich da lang? Ok, ich kann da was aufmachen, ich kann hier müsste ich dann lang Ja, gut, ok Geht da noch grad Nimm das beeindruckende Verteidigung Angeblockt Ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Ja, ist klar, ne? Ja, ne? nicht Zö lölöl另hmor Also sag mal Ils avaient nicht schnett hier Ils avaient nicht schnett Ja Ja So. Das fängt mich nicht auf. Hey, bitte. Jetzt muss ich da noch ein bisschen. Zielverteidigung analysiert. Prost. Schreibt, steht. Jetzt bitte. Noch einmal. Ja. Hey, bitte. Niemand hört sich an sich erinnern. Lieber Faktor. Oh, oh, schlinge! Ich kann mich nicht. Attacke! Die Entscheidung naht. Protokapitulation. Stoß! Ja, du scheiß Wichser! Wisst ihr, was ich jetzt mache, Leute? Ich renne jetzt einfach durch. Ruhig. Weil das ist mir da zu eng einfach. Ziel ist auf der Flucht. Oh mein Gott! Das ist so ein Hammer, Jürgen. Oh ne! Das ist so ein Hammer, Jürgen. Wie scheiße ist das denn? Das Ziel ist schnell. Aber ich bin schneller. Ja, dann kommt nochmal her. Alter! Wie scheiße ist das denn? Ja! Nimm das! Vorwärts! Ja, ey! Södle! Komm mal! Ja! 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 Herren! Hey Jedi! Du hast mehr gew euh R Psic! Ja. Und noch einmal. 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 Und noch einmal.